Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Airline Sim mit unserer Airline Aerolinias Peruanas. Wir haben zwei weitere Wochen abgeschlossen und die 10 Millionen Marke geknackt bei den Ticketeinnahmen, was sehr cool ist, das freut mich sehr. Es läuft soweit wirklich gut, die letzte Woche war noch besser und diese Woche scheint auch wieder prima zu laufen, trotz der aktuell sehr, sehr hohen Treibstoffpreise, aber die sinken zum Glück wieder, also wir kommen, denke ich, zumindest halbwegs damit klar. Unsere Margen weiterhin sehr, sehr hoch, wie ihr sehen könnt, 41%. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ja, es gibt noch weitere tolle Neuigkeiten und zwar, wenn wir mal auf der Infoseite schauen, sehen wir zum einen, es gibt ein paar neue 737er, die fliegen für uns auf den aktuell bekannten Routen im Inland. Da hat sich nicht viel getan, da muss ich euch nichts zeigen, aber ihr seht, da ist ein weiteres Flugzeug hier in der Liste und das Flugzeug, das fliegt in eine Route, die wir nicht finden in der Kurzstrecke, auch nicht in der Mittelstrecke, aber in der Langstrecke. Wir fliegen jetzt nach Europa, wir fliegen nach Madrid und nach London Heathrow und zwar fliegen wir dorthin mit einer Boeing 7878. Das ist ein Flugzeug aus dem Hause Boeing, gebaut seit 2011 und ein Langstreckenflugzeug mit 381 Sitzen ist diese Maschine deutlich größer als alles, was wir bisher benutzt haben, hat aber auch entsprechend deutlich mehr Reichweite und sollte somit auf jeden Fall für uns funktionieren, auf allen Routen, die wir vorhaben. Ich hatte ja auch überlegt, mir einen Airbus A350 zuzulegen, ist ein bisschen teurer, auch größer und dafür mal mehr Reichweite. Jedoch habe ich so ein bisschen kalkuliert, die Routen mir angeschaut und dann festgestellt, dass ein A350 zwar mehr Reichweite hat, aber der einzige Flughafen, der für uns wirklich interessant wäre, der durch den A350 erreicht wird, den die 787 nicht erreichen kann, das wäre Dubai. Und nur für Dubai einen Flugzeugtyp auszuwählen, machte für mich nicht so viel Sinn, weil die 787 kommt gerade so, aber dann auch sehr effizient nach Europa, ist dafür ein bisschen kleiner, also einfacher zu füllen, auch leichter zu finanzieren für uns und wir kämen zum Beispiel mit dem A350 auch nicht nach Tokio oder nach Sydney oder nach Singapur, von daher nur für Dubai lohnt sich das nicht wirklich, vor allem weil die 787 ja auch eine kleine Familie hat, da gibt es ja auch eine Variante mit etwas mehr Reichweite und mehr Plätzen und von daher denke ich, sind die einfach besser für uns. Auch der A350 ist nicht schlecht, auf jeden Fall nicht, ist ein gutes Flugzeug, aber halt eben einfach teurer und größer und dadurch für uns ein bisschen riskanter, zu besorgen, es gab auch keine Gebrauchtmaschinen und deshalb habe ich mir lieber eine gebrauchte Boeing 787 geholt, die ist 8,2 Jahre alt, kommt gerade aus Australien zu uns und hat bereits ihren Flugplan, den ich euch gerne mal zeigen möchte. Das war eine ganz schöne Arbeit, den irgendwie aufzubauen und da wird vielleicht nochmal was dran geändert, ich muss mal schauen, was ich mache damit. Aktuell haben wir relativ viele Wartungspausen, aber das ist primär der Tatsache geschuldet, dass die Slots eine Katastrophe sind, also dass ich überhaupt einen Slot gefunden habe in London ist schon ein Wunder. Madrid war sogar noch schwieriger und deshalb fliegen wir nicht sehr regelmäßig beziehungsweise wir fliegen auch sehr durcheinander, einfach weil die Slots nicht verfügbar waren. Ich musste da irgendwie ein bisschen Kompromiss machen und die Flüge so ein bisschen aufteilen, denn es ging anders gar nicht, da waren keine Abflugslots verfügbar, denn die teilen wir uns ja mit den anderen Leuten hier. Aber das ist der aktuelle Flugplan, wir fliegen mehrmals die Woche nach London und nach Madrid. Da ist bereits der erste Flug, aber der ist von Madrid nach Lima, das wird nicht gehen, der muss erstmal gecancelt werden. Und dann haben wir hier schon unseren ersten Flug am 27. Das ist dann schon in ein paar Tagen. Und dann würden wir nach Madrid fliegen, hoffentlich dann mit auch einer vollen Auslastung, auch mit Fracht übrigens in dem Fall. Also mehr Fracht sogar als vorher, diese drei, vier Frachteinheiten, das war ja nichts. Das wird auch einen ganz ordentlichen Profit, hoffentlich auch mal abwerfen. Und da renne ich mal die Fracht dann auch, die Fracht auch dann mal profitabel generell machen überhaupt. Und die Fracht ist ja bisher für uns ein Problem. Wir geben mehr Geld pro Woche aus für die Fracht, für die ganzen Leute, die da arbeiten, als wir einnehmen mit den Frachteinnahmen. Von daher, ja, habe ich hier große Hoffnung für. Ich kann euch auch gerne mal kurz zeigen, das Profil für den Service, das haben wir nämlich auch neu machen müssen. Und zwar haben wir ein Europa-Profil jetzt. Und das ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier in der Economy-Klasse Erfrischungsgetränke und Bier. Sie kriegen außerdem auch Sandwiches und Brötchen. Sie bekommen ein hochwertiges warmes Essen, da lassen wir uns nicht lumpen. Und Sie bekommen Kopfhörer Plus, also die besten Kopfhörer, die wir da bereitstellen können. Sie bekommen Mehrwegplastik. Sie bekommen Wirtschaftszeitung und ein Bordheft. Die Business-Klasse dagegen bekommt ein Standard-Komplettsortiment. Sie bekommt einen Genießerteller, auch da das Beste, was wir machen können. Sie bekommt einen warmen Business-Teller. Sowie ein extra warmes Essen dann kurz vor Ankunft, würde ich mal vermuten. Dazu noch auch die Kopfhörer Plus, ein Mehrwegplastik ebenfalls. Dafür aber dann Zeitschriften und Magazine und ein Bordmagazin. Also ja, wir lassen uns da auf gar keinen Fall lumpen. Wir geben da 48 Airlines im Dollar pro Person aus. In der Business-Klasse da schon einiges. Und geben den Menschen dort den besten Service. Gleichzeitig auch haben wir ein neues Kabinenprofil erstellt. Und zwar dieses hier. Das können wir uns mal ganz kurz anschauen. Wir nutzen hier den Komfort-Sitz. Das ist ein ziemlich guter Sitz. Den nutzen wir auch, glaube ich, aktuell in der Business-Klasse für die anderen Flüge auf der Kurzstrecke. Für die E-Konten-Klasse in dem Fall. Der ist gut. Der ist genug für diese lange Strecke. Da kann man sich leicht zurücklehnen. Man hat eine Fußstütze und einen gepolsterten Sitz mit Infotainment-System. Und in der Business-Klasse benutzen wir den Live-Flat 140-Sitz. Das ist ein Sitz, der flach gemacht werden kann mit einem 40 Grad Neigungswinkel noch. Das ist zwar schon einiges, aber sollte trotzdem genug sein zum halbwegs schlafen oder kurz ein Nickerchen machen auf dieser langen Strecke. Und davon haben wir hier 28 eingebaut für die Business-Klasse mit zwei extra Flight-Attendants und fünf Flight-Attendants für die Economy-Klasse. Genau. Ja, der wird auch halbwegs gut bewertet. Zwei Striche immerhin. Es wäre noch besser möglich, aber da hätten wir bei der Economy-Klasse dann den Komfort-Plus-Sitz nehmen müssen. Aber der hätte extrem die Kabinengröße reduziert, also die Menge an Personen, die wir mitnehmen könnten. Und deshalb habe ich darauf mal zuerst verzichtet. Wir werden sehen, wie es läuft. Denn wenn wir mal schauen ins Online-Reservation-System von Lima nach Madrid mit F, das ist nicht richtig. So, da haben wir auch Konkurrenz. Aktuell gibt es einen Direktflug, der wird angeboten von Sky Globe, wenn ich mich nicht irre. Genau, Sky Globe. Die fliegen, die sind auch sehr groß, die fliegen da aktuell einmal täglich von Lima oder von ganz Südamerika eigentlich nach Madrid und zurück. Und das ist also eine Konkurrenz, die wir besiegen müssen. Die fliegen auch mit der 787 übrigens und die fliegen mit sehr guten Bewertungen. Also da müssen wir mal schauen, wie wir das bekämpfen können. Wir müssten wahrerweise den Preis reduzieren. Die fliegen, glaube ich, auf Standardpreis. Oder wir werden nochmal so ein Brötchen nachreichen oder irgendeinen Schokoriegel oder so auf dem Flug. Und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen bessere Buchungsnummern bekommen. Wir müssen mal schauen, wie das aussieht eben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir die schlagen können. Das ist ja nicht so leicht. Aber die fliegen sogar zweimal täglich, ne? Stimmt, die fliegen zweimal täglich sogar nach Lima und zurück. Das ist einiges. Und da habe ich also Hoffnung, dass wir da so ein bisschen reingreitschen können. Da jetzt hier aber nicht alles ausgebucht ist, gehe ich mal davon aus, ist der Bedarf doch gar nicht mal so hoch, wie ich dachte. Das ist interessant und macht mich ein bisschen ängstlich, dass wir da vielleicht doch nicht so dominant sein können, weil das ist ja wirklich gar nicht mal so gut. Aber vielleicht mit einem niedrigen Preis, vielleicht durch unser lokales Netzwerk haben wir da ein paar Optionen, die uns einen Vorteil geben gegenüber dieser Airline. Gleichzeitig übrigens nach London gibt es bisher gar keinen Direktflug. Und ich gehe mal davon aus, dass London eine gute Route sein sollte. Vor allem, weil aktuell der einzige Weg von Lima nach London ist mit drei Umsteigemöglichkeiten. Man muss dann zuerst von Lima nach Quito fliegen, von Quito nach Toronto fliegen und dann von Toronto nach London. Das ist wirklich umständlich. Und ich nehme mal stark an, das war doch zwölf Stunden. Ich nehme mal stark an, dass Leute das dann auch nicht so gerne machen im Vergleich zu unserem Direktflug, der hoffentlich dann auch gut läuft. Und im Notfall werde ich eben auch Madrid wieder rausschmeißen und einfach dann Paris nehmen oder so. Weil auch, ich glaube Paris gibt es auch keinen Direktflug, ne? Wenn ich mich da nicht irre. Paris, das hat nicht geklappt. Nach Paris ist kein gültiger Wert. Das sehe ich nicht so. Hallo? Jetzt geht's. Ne, geht nicht. Okay, dann eben nicht. Dann eben nicht nach Paris. Auf jeden Fall, ja, Paris sollte zumindest auch, denke ich, nicht direkt verbunden sein mit unserem Hub. Und deshalb denke ich, können wir auch nach Paris fliegen. Oder Frankfurt eben, was auch immer. Da gibt es ja einige Optionen. Oder Rom. Also wir werden auf jeden Fall so ein bisschen uns da was raussuchen. Ein Pilotprojekt quasi, wenn man das so sagen möchte. Passt ja auch gut. Und ja, dann werden wir mal schauen. Und notfalls fliegen wir damit eben dann in die USA. Da gibt es ja auch vermutlich Bedarf oder sonst wohin. Auf jeden Fall haben wir ja mal jetzt dieses Projekt gewagt. Ich hätte ja auch einfach weitere 737er holen können. Alle unsere Stationen sind aktuell 100% ausgelastet. Aber ich wollte eben erstmal ein bisschen schauen, was wir noch machen können nach dem großen Desaster in Kito. Das lief ja gar nicht gut. Da hatten wir 2% Auslastung. Ich würde einfach gern so ein bisschen international fliegen. Aber auch um es mal zu zeigen. Weil ja, wir können jetzt ewig noch unsere lokalen Routen ausbauen. Das wird immer das Gleiche sein erstmal. Zumindest bis wir dann einen neuen Flugzeugtyp haben. Zumindest die ganzen Hauptrouten hier. Die laufen ja immer alle weiterhin bei 100%. Bis wir dann irgendwas Kleineres anschließen. Also mit einem neuen Flugzeugtyp. Ist das alles gar nicht so spannend. Und zumindest für die Serie möchte ich gerne auch so ein bisschen was zeigen, was man sonst so machen kann. Und ja, ich hoffe, dass zumindest London läuft. Ist ja ein riesiger Flughafen. 8% Slots. Madrid war noch schlimmer. Die haben nur 1% Slots. Was mich überrascht tatsächlich. Ich dachte immer, London wäre schlimmer. Aber ja, wir werden sehen, was da passiert. Wir könnten ja auch notfalls noch auf die anderen Flughäfen zurückgreifen. Da gibt es ja mehrere Flughäfen in den großen Städten. Aber ich glaube, Madrid hat nur einen. Und deshalb müssen wir uns eben damit so ein bisschen auseinandersetzen mit den Slots. Das war nicht ganz so einfach. Aber zum Glück ist London auch ziemlich gut am Abend. Da kann man ganz gut landen. Das ist etwas einfacher für uns. Also ja, wir machen aktuell eine gute Arbeit. Wir verdienen auch weiterhin echt gut Geld. Das läuft prima. Die großen Spritpreise machen uns keine wirklichen Probleme. Der Preis ist bei uns auch leicht angestiegen jetzt hier. Ich hatte keine neuen Flugzeuge dazu gepackt in dieser Woche. Zumindest dachte ich das. Obwohl die Einnahmen sind ja höher geworden. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Auf jeden Fall hatten wir ja leicht höhere Treibstoffkosten. Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich okay für uns. Wir können das stemmen. Wir haben riesige Margen. Ich habe auch keine Preise erhöht oder so. Also alles gut. Wir kommen damit super klar. Und ja, wir fliegen weiterhin bei voller Kapazität. Also ja, ich denke, das wäre es soweit von Aerolinias Peruanas. Wir werden dann schauen, wie die Routen laufen nach Madrid und nach London. Und da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten in der Zukunft, was das angeht. Und meine weiteren Ideen. Ich will ja dann auch mal so ein bisschen expandieren in Südamerika und in Lima. Und da werden wir mal schauen, mit welchen Maschinen wir da fliegen. Also ja, das war es von diesem Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.